Ja. Aha, das war der Akku eben. Der orgelt jetzt nicht mehr so. Da war bei dem Akku irgendwas nicht in Ordnung. Da hat auch viel mehr Power jetzt. Schon eher zu viel. Kannst du torpen? Naja, mit den Ausschlägen noch nicht. Von der Kraft her kein Ding. Von der Kraft her überhaupt kein Ding, aber... So, das kommt auch mal. Ja, klar. Warte, ich mach noch eine Landung, dass wir eine auf Video auf jeden Fall haben. Zu landen? Ja, mal kurz. Weil eben die nicht auf dem Video drauf war.